Die Sache mit den BHs ausziehen bei Mädchen. Schatz, da liegt ein BH im Flur. Mhm, das ist meiner. Warum liegt denn der da? Ich hab den ausgezogen. Okay, und warum? Weiß nicht, der ist einfach unbequem. Wenn der unbequem ist, warum ziehst du den dann überhaupt an? Weil sich das dann so komisch anfühlt, ohne BH in die Schule zu gehen. So, keine Ahnung, bist du schon mal ohne Unterhose in die Schule gegangen? Nee, aber ich zieh die ja zu Hause auch nicht direkt wieder aus und schmeiß den in den Flur. Ja, aber könntest du ja mal machen. Würde mir gefallen. Und jetzt hast du gerade einfach gar nichts drunter, oder was? Ja, ich liebe das. Fühlt sich richtig frei an. Nur weil, wenn ich Treppenlaufen muss, ich ein bisschen festhalten. Na, das hab ich ja noch nie gesehen. Wie oft hast du mich da beim Treppenlaufen schon beobachtet? Noch nicht so oft. Na, egal. Jedenfalls wollte ich fragen, ob ich dir den BH vielleicht auch mal anziehen kann. Aber ob du meinen BH auch mal anziehen kannst? Hab ich gerade meine Gedanken laut ausgesprochen? Vergiss das bitte wieder. Oh mein Gott.